Ich bin bewaffnet, ich warn euch. So Hund, du bist an meiner Seite, ja? Du guckst nach hinten, ich guck nach vorne. Wir müssen nämlich mal kurz... Wir haben Empfang. Wir müssen mal Jess anrufen. Und dann können wir natürlich auch mal die ganzen Leute anrufen, deren Dogtags wir hier gefunden haben. Das ist vielleicht auch mal eine Idee. Das probiere ich dann gleich mal. Gut. Höchstwahrscheinlich werden wir ja bei allen die Meldungsleitung besetzt kriegen, aber ich guck jetzt einfach. Wir probieren jetzt einfach mal alle durch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, da ist die nächste besetzte Leitung. Ich probiere jetzt eine durch. Alles, was ich tun kann, ist zu verhindern, dass ich in den nächsten zwei Minuten in irgendeiner Kapazität diesen Wagen hier verlassen muss. Ich möchte jetzt bitte auch eine Pizza. Kann mir einer von euch bitte eine Pizza vorbeibringen? Das wäre echt dufte. Das Funkgerät probieren wir auch gleich nochmal durch, wenn wir mit dem Telefon fertig sind. Weil ich ja ganz stark davon ausgehe, dass wir hier niemanden erreichen. Wir haben ja noch nicht alle Dogtags gefunden, ne? Gut, Sheriff Lenning anzurufen ist jetzt irgendwie witzlos, aber... Ich weiß nicht, wenn ich einen Toten anrufe, dann erwarte ich irgendwie nicht, dass die Leitung besetzt ist. Möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Und hier Arz haben wir noch. Alles, damit es Bullet gut geht. So, und jetzt möchte ich den Tierarzt noch ein paar mal anrufen. Wir haben ja die Zeit, wir nehmen uns die Zeit, so. Ich lobe ihn eigentlich immer nur, ne? Ist das schlimm? Ich möchte nur, dass er möglichst in meiner Nähe bleibt, falls wir angegriffen werden. Weil wenn er zu weit weg ist, kann ich ihm nicht helfen. Und wenn er zu weit weg ist, dann kann er mir auch nicht dabei helfen, die Schatten zu finden. Ich finde das schön, dass der Tierarzt quasi das Tutorial für den Umgang mit dem Hund ist. Und dass wir das auch jetzt schon machen, ne? So fast am Ende des Spiels. Gucken wir uns das Hunde-Tutorial mal an. Hallo, du hast Dr. Reba in der Sing-Rakos-Pet-Klinik. Sorry, aber ich kann jetzt nicht den Telefon anrufen. So, aber mit diesem ganzen, jetzt machen wir das Funkgerät noch. Damit habe ich jetzt schon so viel Zeit geschunden. Wir sind schon 5 Minuten in die Folge rein. Finde ich gut. Na gut. Wir müssen ja wohl, ne? Und dann einfach den Schienen weiter folgen, wo wir wieder zum Sägewerk, ne? Ja? Alice, hey! Du bist okay? Sieht nicht aus. Nein, nein. Es ist nichts. Und, äh... Alles. Ich weiß, dass ich keinen Sinn mache, aber das ist die Sache. Ich glaube, dass ich etwas verletzt bin, Jess. Ich sehe diese Dinge, und ich weiß nicht, ob sie real sind oder nicht. Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist. Calm down, Alice. Ich weiß nicht, dass du mit mir bist. Was hast du gesehen? Es ist, äh... schwer zu erklären. Ähm... Erinnerungen. 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 Erinnerungen, Alice. Du hast viel erlebt, mehr als jemanden, ich weiß. Aber du hast überwunden, weil du stark bist. Und du wirst durch das. Ich weiß, du wirst. Du wirst. Du wirst, du wirst nicht schreiten, also ich werde nicht fragen. Ich weiß nicht, dass du wiederholen kannst. Aber wenn das jetzt überhört, mich auf, wenn du nach Hause gehst. Danke, Jess. Für alles. Da wollten wir ja schließlich hin. Jo, ich weiß. Wir müssen außenrum. Habe ich auch gerade gesehen, Kumpel. No turning back. In doppelter Hinsicht jetzt. Es gibt hier kein Zurück mehr. Wie frech. Was ist denn das? Oh, guck mal. Wir haben schon ein paar Schrammen abgekriegt hier inzwischen. Der Baum hier ist markiert. Was? Die markierten Bäume sind die, die sie nicht fällen dürfen, ne? Ja, der Platz, den wir im Augenblick suchen. Brennt. Das Geräusche sind wahrscheinlich nur die Baumstämme da im Wasser, ne? So, als allererstes machen wir Licht. Was haltet ihr davon? Dann gucken wir uns mal das Scheißhaus an. Oder auch nicht. Der Hund hat andere Ideen. Was ist das? Oder irgendwo mit ihnen neu sind? Hey, Alice. Good to hear from you. Everything okay? Hey. Sorry to bother you again. Dope. Good to hear from you again. Everything okay? Oh, ja. Ich bin nur ... ... die Basiken von Kutzen, wahrscheinlich. Really? Na, du war immer gut mit deinen Handeln. Warum? Mrs. Lynch. Ich habe das, aber ich werde bluschen wie eine Schule. Das würde ich nicht mit deinem Vampire-Komplexion verletzen. Aber wie geht das Suche? Ja, nicht so weit. Aber ich denke, ich bin zu nahe. Ich hoffe, so. So, ich gehe mal davon aus, dass wir die Lösung für dieses Rätsel hier, für dieses Schloss, hier in der Gegend wieder irgendwo finden. Und deswegen gucke ich mir jetzt als erstes das Scheißhaus an. Der Hund ist in meiner Nähe, das ist sehr schön. Hier ist ja wirklich was. Hier ist ja wirklich was. Echt außenrum, ne? Okay, ich sehe da auch noch einen alternativen Weg nach drin. Aber erst mal. Bullet will nicht mit rein. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Lebt, lebte. Wo hat der alte Dustin Paar eigentlich gewohnt? Genau, Russ den Paar? Ich weiß es gar nicht. Was der Hund nicht mit rein will. Ja, das macht mich ja schon ein bisschen unruhig. Ach, guckt mal. Aber erstmal. Wie sehen wir das? Wie sehen wir das? Wir sehen uns. Ich bin mit mir dabei. der Hund hat irgendwas wir sind hier nicht allein und der Hund kommt nicht mit, na toll da ist jemand über uns da ist jemand über uns ich komme aber nicht nach über uns okay der ist tot wie komme ich da hin ich meine ja ich kann auch ich kann das das schloss wieder gut forsen theoretisch aber ich hoffe ja immer noch dass wir die antwort hier noch irgendwo kriegen mal verlegen ob wir hier noch irgendwas übersehen haben hier ist ja gar nichts zum einsammeln diese jetzt ist sie nämlich offen es geht hier zwar nicht hoch creepy aber wir haben die kombination 3 3 2 4 ich habe etwas gesehen keine Hexe oder ein Monster sondern einen Mann einen Mann der die Haut eines anderen Menschen trug er hat mich gesehen und jetzt kommt er Carver war das da draußen der Hund war das da draußen der Hund komm her du hast schön fein hier Wache gehalten und du unterstützt uns auch jetzt gleich 3 3 3 2 4 ne warum haben wir eigentlich keine Waffe wenn wir mal Soldat waren brauchen wir keine Waffe ich werde mich gerade wesentlich wohnen für wenn wir eine Waffe dabei hätten was ist das hier das sieht ja schon fast aus wie so ein Feldlazaretz gehen wir ins nächste Flashback ja 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 jesus hey hey can you hear me badly mutilated blood still fresh some of those are defense wounds multiple cuts probably a long blade let me just ich würde mich nicht überraschen wenn da jetzt unser Name drauf steht übrigens was jesus christ what the fuck just happened we didn't have a chance the song went right into the collarbone now pulled him in in his face ich guck mal jetzt erst mal die Kassette an dann schoo ich 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 du 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 Okay, das ist eine blaue. Die blauen verändern ja eigentlich nichts. Das hieß ja explizit die roten, ne? Was macht er mit unserem Hund? Der wird uns ja wohl unseren Hund jetzt nicht wegnehmen, oder? Bullett? Bullett? Hallo, wer bist du? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020